Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Kalter Hund. Kalter Hund, auch Lukulus, kalte Schnauze, Kellerkuchen, Wandsbeckerspeck, Zebrakuchen, Junggesellenkuchen oder Schwarzer Peter ist eine Spezialität aus in Schokoladenguss eingebetteten Keksen. Wird Kalter Hund mit zerbröselten Keksen hergestellt und dann gerollt, wird er als süße Wurst oder süße Blutwurst bezeichnet. Angeblich wurde das Rezept ursprünglich von der Firma Balsen entwickelt, um einen Kuchen mit ihren Butterkeksen vorweisen zu können. Allerdings verwendete Balsen keine der oben genannten Bezeichnungen, sondern nannte diesen kalten Schokoladenkuchen schlicht Schokoladenkuchen aus Leibniz-Keks. Für sechs Personen werden folgende Zutaten benötigt. 300 Gramm Butterkekse, eine große Packung. 250 Gramm Kokosfett. 2 Eier. 100 Gramm Staubzucker, Puderzucker. 10 Gramm Vanillezucker oder eine Packung Vanillezucker. 50 Gramm Kakaopulver, kein Instant-Kakao wie Nesquik. 4 Esslöffel Milch. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Rührschüssel, Kastenform, 24 bis 26 cm. Schneebesen, Backpapier. Zubereitung Das Kokosfett in einem Topf bei kleiner Flamme schmelzen lassen, danach vom Feuer nehmen und etwas abkühlen lassen. Staubzucker, Vanillezucker und Kakaopulver in eine Schüssel sieben und mischen. Mit Milch und Eiern verrühren und schaumig schlagen. Die Mischung aus Puderzucker und Kakao unter den Eiermilchschaum rühren. Geschmolzenes Kokosfett langsam in die bisher entstandene Schokoladenmasse einrühren, am Anfang tropfenweise, später schneller. Die Kastenform mit Backpapier auslegen. Nimmt man eine elastische Form, kann das Papier weggelassen werden. Eine dünne Schicht Schokoladenmasse einfüllen. Darauf abwechselnd Kekse, dann dünn Schokolade und Kekse, zum Schluss Schokolade schichten. Den Lukulus einige Stunden kalt stellen, am besten über Nacht. Den Kuchen aus der Kuchenform nehmen und das Papier abziehen. Den kalten Hund vor dem Servieren in dünne Scheiben schneiden. Galerie Die Zuckermischung mit den Eiern verquirlen und das geschmolzene Fett unterrühren. Punkt. Die Kekse und die Schokomasse abwechselnd in eine mit Backpapier ausgelegte Form schichten. Punkt. Punkt. Bis alle Kekse und Schokocreme verbraucht wurde. Punkt. Nach dem Kaltstellen kann man den Kuchen aus der Form holen und aufschneiden. Tipps Die Schokoladenmasse sollte zügig verarbeitet werden, da sie mit der Zeit abkühlt, fester wird und sich dann nicht mehr so gut verstreichen lässt. Man kann die Masse auch in einem Wasserbad mit heißem Wasser geschmeidig halten. Man sollte zwischen dem Rand der Form und den Keksen einen kleinen Abstand, circa zwei Millimeter, lassen, damit diese später nicht unschön aus der Schokoladenmasse herausgucken. Diese Varianten gibt es. Durch die Zugabe von einem Teelöffel fein gemahlenem Kaffee, ein Esslöffel Rum oder Rumaruma, zwei bis drei geriebenen bitteren Mandeln oder ein wenig Zitronen beziehungsweise Orangenabrieb lässt sich der kalte Hund geschmacklich verfeinern. Nach Wunsch mit halbierten Mandeln oder Schokoladenplätzchen garnieren. Statt Kakao dunkle Kuvertüre, man kann auch weiße nehmen, verwenden. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!